Die Kombination, die man hier sieht, erinnert so ein bisschen an Urlaub. Diese Feuerstelle ist in Wirklichkeit die Waschtrommel meiner alten Waschmaschine gewesen, die ich auseinandergenommen habe. Und dieser Stuhl, in dem ich sitze, ist der sogenannte Adiran Deck oder Muskoka Chair und kommt eigentlich in seiner Bauart aus Amerika. Und die Geschichte dazu war, dass ich jede Menge kurze Stücke von Altholz hatte und überlegt hat, was kann man daraus machen. Und dann kam mir das Design von diesem Stuhl, von diesem Adiran Deckchair in den Sinn, der tatsächlich nur aus relativ kurzen Holzstücken zusammengesetzt ist und sehr robust und extrem bequem ist und im Prinzip das Synonym für Urlaub und Freizeit in Amerika und Kanada ist.